Ja, in diesem Workshop geht es um Playlisten. Alles was man damit machen kann, die Verwendung, aber auch erstmal die Grundlagen, was man alles beachten muss, was man einstellen kann, wie man die Playlist erstellt und so weiter und natürlich viele Tipps und Tricks. Deswegen gleich zur Agenda. Grundlagen für die Playlisten sind die Registrationen. Deswegen hier erstmal im ersten Schritt über die Grundlagen von Registrationen. Auch hier viele Tipps und Tricks, zum Beispiel bezüglich Ordnerstruktur. Was wird in REX gespeichert oder was sollte man in Registrationen speichern? Auch hier, es fällt immer wieder der Begriff Grundeinstellung oder Startrec statt Registrierung oder dann eine bestimmte Song Registration. Alles dazu, weil das ist die Grundlage für die Playlisten. Dann im nächsten Schritt eben direkt zu den Playlisten. Auch hier Grundlagen, das heißt, was ist eine Playlist? Was macht die überhaupt? Und wie erstelle ich eine Playliste und einen Playlisteintrag und mögliche Einstellungen, die man da dabei machen kann? Dann viele praktische Tipps zu den Playlisten. Hier zum Beispiel, man kann verschiedene Playlisten anlegen, zum Beispiel Listen mit allen Registrationen darin als allgemeine generelle Liste. Und man kann daraus wieder spezielle Listen machen, wo man die Registrationen zum Beispiel aus den allgemeinen Listen einfach heraus kopiert, in spezielle Listen. Dann der Name des Playlisteintrags. Hier kann man auch viel Information reinschreiben. Was kann man da machen? Zum Beispiel als Trainer oder als Überschrift. Das werde ich dann zeigen. Wie editiert man Playlisten? Und da ist erst mal die Frage, was ist das Format einer Playlist-Datei? Bearbeitung kann man mit Excel machen. Ganz, ganz, ganz einfach. Es gibt auch andere Tools, die ich nur kurz zeige. Basis für Playlists sind Registrationen. Deswegen wollen wir hier beginnen mit den Grundlagen zu den Registrationen. Zum Beispiel, was wird gespeichert und was nicht so als Einstieg. Wenn wir uns Reg Memory ansehen, wenn wir die Taste drücken, sehen wir hier verschiedene Haken und verschiedene Bereiche, die gespeichert werden können. Und eine Registration ist nichts anderes als Einstellungen des Keyboards, die darin gespeichert werden. Und jetzt ist die Frage, was kann gespeichert werden? Und es wird eben mit diesen Haken beim Speichern der Registration festgelegt. Also die Voices, Styles, MIDI-Songs, Audio-Songs, Multipads und so weiter, wie man hier sieht. Also viele, viele Sachen. Aber im Detail steckt hier zum Beispiel hinter dem Style auch noch viel mehr. Also nicht nur der Style selbst, sondern eben, es wird zusätzlich zum Style noch einiges gespeichert mit dem Style Haken. Und das ist eben die Besonderheit bei so einer Auswahl, wenn wir uns den Style mal anschauen. Mit dem Style wird eben gespeichert die Style Voices, die Left Voice, Left Voice On-Off, also ob die an- oder ausgeschaltet ist und Left Hold dieser Knopf, die Einstellung. Der Split-Punkt, Left und vom Style und Accompaniment On-Off. System-Effekte, das ist wichtig, die werden mit dem Style gespeichert. Chorus und Reverb und Hal für das System. Die Akkorderkennung, also der Typ der Akkorderkennung, Fingering-Type. Style-Settings, aber auch hier nicht alle Einstellungen. Und die Mixer-Einstellungen zum Style natürlich, also das Volumen, Panorama und Effekte, Effektanteile und so weiter. Die werden mit dem Style Haken zum Style dazu gespeichert. Also nicht nur der Style. Also solche Einstellungen hier zum Beispiel. Split-Punkte, Left und Style. Zu einer Voice wird zusätzlich mitgespeichert auch ein Split-Punkt von rechts 3. Und die Oktavlage, Voice-Settings, die man hier sieht, die Voice-Edit-Einstellungen und natürlich die ganzen Mixer-Einstellungen der Voice. Also auch hier wieder Panorama, Hall-Anteile, Volumen, Equalizer-Einstellungen und so weiter. Also mit dem Voice-Haken werden zusätzlich zur Voice noch mehr Parameter gespeichert. Es werden aber auch Sachen nicht in der Registration gespeichert, wie zum Beispiel MIDI-Einstellungen. Die werden wie User-Effekte nur im User-Speicher abgelegt. Wenn man die sichern will, dann muss man hier die Backup-Funktion benutzen. Genauso wie MIG-Einstellungen. Und was und was eben nicht gespeichert wird, ist hier in der Datenliste. Ich habe hier mal einen Auszug aus der Datenliste gespeichert. Hier auf Seite 82 und folgende. Hier ist die Spalte der Registration und hier sieht man eben, wo das Kreuz ist. Das wird nicht gespeichert. Zum Beispiel gerade gesehen Accompany On-Off. Das wird gespeichert. Aber ein Auto-Fill-In wird mit dem Style nicht gespeichert. Oder Multipad-Start-Stop-Synchro-Start-Stop wird gespeichert. Die Playliste kann man aber nicht in der Registration speichern. Und so weiter. Das ist alles hier beschrieben. Jetzt einige Tipps und Tricks zu den Registrationen grundsätzlich. Zum Beispiel, was zu beachten ist. Wo speichere ich denn meine Dateien überhaupt? Und das ist nämlich sehr wichtig. Und was speichere ich dann in einer Registration? Oder was wird in einer Rack gespeichert? Wie sieht das aus? Und wichtig als Basis für alles ist eine Ordnerstruktur. Das heißt, eine Struktur der Dateien auf dem USB-Stick. So, eine Registration speichert was? Das ist hier ein Beispiel. Die Registration heißt adiosamor.rgt, also Registration. So, was speichert die? Die speichert den Namen der Dateien, die darin enthalten sind. Zum Beispiel ein MIDI-File, adiosamor.mit MIDI-File. Oder und einen Style mit diesem Namen. Und die Registration speichert auch, wo eben diese Datei, adios.mit, zu finden ist. Also den Pfad dieses MIDI-Files. Und das liegt in dem Folder i, MIDI-Files, Deutsches Schlager, Andy Borg. Hier ist dieses MIDI-File eben gespeichert. So, dieser Pfad wird in der Registration eben abgelegt auch. So, und eine Playlist oder ein Playlist-Eintrag speichert eben den Ort und den Pfad dieser Registration. Zum Beispiel diesen Pfad in dem Folder Registration. Sehen, deutsches Schlager, adiosamor. Hier steht diese Registration und dieser ganze Pfad wird in einem Playlist-Eintrag gespeichert. Und der Punkt ist eben, dass so eine Datei dann auch nur an diesem Ort gefunden wird und von dort aus auch aufgerufen werden kann. Das heißt, es ist wichtig, bevor man mit dem Speichern von Registrationen beginnt, sich eine Ordnerstruktur zu überlegen und auch festzulegen. Und noch wichtiger ist es dann, auch diese Struktur nicht mehr zu verändern. Denn der Punkt ist, wenn man sich die Pfade und Speicherorte ändert, also wenn man hier an den Namen hier an diesem ganzen Pfad irgendwas ändert, zum Beispiel durch Umbenennen von Dateien oder diesen Ordnern, die in diesem Pfad stehen, dann wird eben beim Aufruf einer Registration oder eben eines Playlist-Eintrags, was ja nichts anderes ist wie ein Registrationsaufruf, diese Datei oder auch diese Registration eben nicht mehr gefunden. Und dann hat man ein Riesenproblem. Das heißt eben vorher sich im Klaren sein, eine Ordnerstruktur anzulegen, wie will ich das organisieren auf meinem USB-Stick und diese dann auch nicht mehr zu verändern. Wenn man jetzt neu anfängt, komplett neu, dann und keine Struktur noch hat, die festgelegt ist, dann gibt es eine vorgefertigte Ordnerstruktur von der Hydron, die man sich auch downloaden kann und die jeder direkt verwenden kann. Und hier rechts ist hier mal ein Beispiel von der Struktur. Also verschiedene Ordner, zum Beispiel für Audio-Files, für Cord-Looper-Files, für Liedtexte, MIDI-Files mit entsprechenden Unterordnern, Multipads, Registrationen auch mit Unterordnern und so weiter. Also hier ist eine grundlegende Struktur, die man schon benutzen kann. Einfach downloaden, entsprechend auf den USB-Stick kopieren und schon hat man eine feste Struktur. Hier der Link zu der Seite von Hydron. Hier ist ein Beispiel meiner Ordnerstruktur. Ich habe also auch hier ein Arbeitsverzeichnis, wo ich zwischendurch mal Files ablege und so weiter. einen Folder für Audio-Files, für MIDI-Files, Ensemble-Voices, Multipads für Playlisten, Registrationen, Styles und so weiter. Texte ganz normal mit verschiedenen Unterordnern, die sehen wir dann gleich noch. Aber hier gekennzeichnet mit den roten Pfeilen sieht man auch hier Folder, die nicht in der Struktur irgendwo abgelegt sind, sondern direkt auf dem USB-Stick auf der obersten Ebene. Und das ist gekaufte Software letztendlich und die funktioniert auch nur in dieser obersten Ebene, weil die greift eben auf Registrationen und Files und so weiter zu. Und der Programmierer hat die eben so programmiert, diese Pfade innerhalb dieses Folders sind die mit gespeichert. Und deshalb funktionieren die auch nur so auf dieser obersten Ebene. Wenn ich die in einem Folder verschieben würde, würde ich quasi diese Pfade ändern, die Namen dieser Pfade. Und deswegen, wie eben beschrieben, würden diese Pfade, sprich die Dateien, die da aufgerufen werden sollen, nicht mehr gefunden werden. Deshalb funktioniert meistens solche gekaufte Software nur auf der obersten Ebene. Wenn wir jetzt mal weiter schauen in meine Struktur, hier zum Beispiel in den MIDI-Files habe ich Unterstrukturen mit Genres. Ich habe das nach Genres geordnet, mehr oder weniger. Und in den Genres sind dann die Interpreten aufgeführt und so weiter, da wo die MIDI-Files dann selbst gespeichert sind. Hier meine Playlists, die hier in den Playlist-Ordner abgelegt sind. Da kommen wir dann später drauf. Registrationen, auch mit den entsprechenden Unterordnern. Auf diese Registrationen hier oben werden wir noch kommen. Die sind eben spezielle Registrationen, sogenannte Stadtregistrationen oder Grundeinstellungen, die ich verwende. Jetzt zu einem Thema, kommt immer wieder auf, was sollte man speichern in einer Registration? Jetzt gibt es, wie schon erwähnt, auch sogenannte Stadtregistrationen, also Grundeinstellungen, die man sich speichern kann und sollte. Spezielle Einstellungen und Einstellungen für eine Song-Registrierung, speziell für einen Song oder Titel. Und das zeige ich jetzt mal. Stadtregistrationen, wie schon erwähnt, das ist quasi eine Grundeinstellung des Instruments, mit dem ich dann starte und von dem aus ich weitere Einstellungen und Registrationen erstelle. Stadtregistrationen, was sollte man da speichern? Wie gesagt, generelle Einstellungen, die dann normalerweise, normalerweise nicht mehr verändert werden pro Song. Die bleiben quasi bestehen. Wie zum Beispiel die ganzen Schaltereinstellungen und Regler, Fußschaltereinstellungen, die Scale- und Tuning-Einstellungen oder Line-Out-Einstellungen. Normalerweise ändert mir die nichts mehr während einer Song-Registration. Wenn man das unbedingt will, dann natürlich kann man es ändern, aber im Allgemeinen bleibt das alles bestehen. Genauso wie eventuell der Splitpunkt, die Akkorderkennung, die Fingerring-Einstellung und bestimmte Vocal-Harmony-Einstellungen. Deswegen für eine Stadtregistration Grundeinstellungen eventuell einmal alle Haken setzen, dann wird das Instrument so, wie es gerade eingestellt ist, einmal gespeichert. Und so eine Grundeinstellung, so als kleines Beispiel, kann man vielleicht so sehen. Einmal eine Grundeinstellung zum Spielen alleine und eine andere Grundeinstellung zum Spielen in einer Band. Zum Beispiel mit speziellen Line-Out-Einstellungen, dass verschiedene Kanäle quasi über Line-Out zum Mischpult separat geschoben werden. Das braucht man, wenn man alleine spielt, normalerweise nicht. Also gewisse Grundeinstellungen von dem Instrument, die normalerweise nicht mehr verändert werden. Und jetzt als Beispiel zeige ich mal meine erste Grundeinstellung, also meine erste Stadtregistration. Die enthält alle Assignable-Button-Einstellungen, Live Control-Settings, also alle Regler und Knöpfe, die ich programmieren kann. Einmal eingestellt, meine Fußschalter-Einstellungen, einen Style, damit ich den Splitpunkt und den Akkorderkennungstype, den Fingering-Type speichern kann. Steckt alles in einer Stadtregistration. Und auch meine User-Vocal-Harmony-Einstellungen, einmal mit einem Reverb als Effekt und einmal mit einem Delay. Dann auch die Line-Out-Einstellungen, die da mit drin stecken. Und auch hier zwei verschiedene, einmal für intern, sprich das Mikrofon über Genus direkt angeschlossen und einmal extern. Das heißt, ich schicke über Line-Out das Mikrofon zum Mischpult. Was ich auch immer mache, ist für MIDI und Audio setze ich ein leeres MIDI und leeres Audio-File ein. Ein empty MIDI, empty Audio. Das zeigt mir quasi an, ich habe kein MIDI-File, kein Audio-File geladen. Das ist eben leer. So habe ich das immer im Display im Blick. Hier sieht man meine Stadtregistrationen und hier schauen wir uns mal eine an. Hier im Display. Wie gesagt, kann man aufrufen und dann mit einem Druck wird die Grundeinstellung von dem Instrument vorgenommen. Und es sieht so aus. Einmal für intern, wie gesagt, einmal für extern. Hier andere Line-Out-Einstellungen, sprich Mikrofon, geht separat. Dann sieht man hier einmal die Einstellung mit Vocal Harmony und einem Delay. Hier sieht man empty MIDI, empty Audio. So, also das sind quasi leere, ein leeres MIDI-File, ein leeres Audio-File. Nur um anzuzeigen, da wird kein richtiger Song eben geladen. Mein Style ist auch mit gespeichert, eben für die Split-Punkte. Hier sieht man Vocoder eben mit dem Reverb statt mit Delay. Dann meine ganzen Live-Control-Fu-Schalter-Einstellungen. Hier Balance-Regler für Vocal Harmony und Balance-Regler für Write. Und linker Bereich und Style und MIDI, dass man das gegeneinander balancieren kann. Ja, die Assignable-Button-Einstellungen, was ich hier drauf habe. Statt Stop für den Style auf dem Fußschalter, Leslie, Volumen-Pedal und so weiter. Und Split-Punkteinstellungen natürlich. Das ist eine Grundeinstellung, die ich verwende. Eine zweite ist, und da steckt jetzt nur Vocal Harmony drin. Alles andere wird hier nicht gespeichert oder nicht verändert. Ich rufe nur meine eigenen Vocal Harmonies auf mit Reverb einmal und mit Delay. Und dieser Vocal Harmony Vocoder einmal für MIDI-Files, also eben ein Vocoder. Und wenn ich mit Style spiele, dann kann ich halt hier direkt ein Standard-Duett als Einstellungen für Vocal Harmony wählen. Und was ich auch gemacht habe, diese Registration, diese Start-Registration sozusagen, ist in jedem, in jeder meiner Playlisten ganz am Ende mit drin. Also auf der habe ich von jeder Playlist aus immer Zugriff. Ein Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass manche MIDI-Files eben den Vocal Harmony umstellen, wenn sie nicht bereinigt werden. Das muss man dann vorher oder halt separat machen, mit einem Tool geht es. Und ja, dann kann ich hier direkt auf diese Reg von der Playlist aus zugreifen. Ist ganz praktisch eben. Und auch hier eben meine Einstellung hier Vocoder für MIDI. Sprich, es wird ein Vocoder verwendet, einmal eben mit Delay und mit Hull. Und hier ein Standard-Duett als Vocal Harmony, auch mit Delay und mit Hull. Sieht man hier auch wieder Delay und Hull. Aber alles andere wird nicht verändert. Also ich habe nur VH-Einstellungen hier gespeichert und sonst nichts. Also nur dieser Haken war gesetzt. Und eben am Ende der Playlist habe ich immer diese Registration mit angehängt, um immer darauf Zugriff zu haben. Das waren jetzt Grundeinstellungen. Aber wenn ich eine Song-Registration programmiere, dann muss ich ganz was anderes speichern. Also Song-Registration. Und am besten nur eine Registrationsbank pro Titel. So, und was speichert man da? Eben nur das, was gebraucht wird, beziehungsweise was immer verändert werden soll pro Song. Und bei mir ist das eben so. Ich zeige es hier. Auf der Registration 1 jeder Bank sind diese Haken bei mir angewählt. Also ich speichere die Voice, das Style, das Tempo vom Style und MIDI-File eventuell. Transpose wird bei mir immer gespeichert und ist immer auf Null gesetzt. Eventuell ein Style wird mit gespeichert. Multi-Pad, das ist ein Audio-Song. Empty, dieses leere Audio, wenn kein reales Audio-File eben geladen werden soll. Und ein MIDI-File. Und wenn keines geladen werden soll, eben, da bleibt die Grundeinstellung bestehen, wie vorher gezeigt, dieses leere, dieses Empty MIDI-File. Das sind diese sechs, sieben Haken. Und kein anderer wird zusätzlich angehakt. Also werden auch nur diese Parameter gespeichert. Alles andere nicht und es wird auch nicht verändert. Das bleibt in der Grundeinstellung, wie ich das mit der Stadtregistration aufgerufen habe. Und alle anderen Registrationen in dieser Bank enthalten nur Voices. Also hier wird nur Voice angehakt und nur die Klänge werden da variiert und aufgerufen und sonst nichts anderes. Und das zeige ich jetzt mal hier. Hier eben statt Registration 1, stellt meinen Song komplett ein. Wie oben gezeigt mit Voice, Voices, Tempo, Transpose, Einstellung, ruft MIDI-File auf und Multi-Pad und so weiter. Und alle anderen Registrationen sind nur Klänge. Style ist auch mit gespeichert in der Registration Adios Amor. Das Tempo eben auch. Dann sieht man hier den Startbildschirm. Hier wird das MIDI-File Adios Amor aufgerufen und das Audio-File bleibt empty, bleibt leer. Style wird auch mit aufgerufen. Kein Vocalharmonie wird aufgerufen, also bleibt die Standardeinstellung, die vorher war, bestehen. Weil in der Registration kein VH gespeichert ist. Der Haken war nicht gesetzt. Das Thema Registrationen ist jetzt abgehandelt. Das ist nämlich die Grundlage, um überhaupt mit Playlisten zu arbeiten. Und jetzt zu dem Thema Playlisten. Hier nochmal die Agenda eben. Was zu den Grundlagen? Was ist eine Playlist eigentlich? Wie stelle ich einen Eintrag? Und dann viele praktische Beispiele dazu und Tipps und Tricks. Und das erste Thema ist eben, was macht und was ist eigentlich die Playlist? Und wie erstelle ich einen Playlist-Eintrag oder überhaupt eine Playlist? Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Als erstes, was die Playlist macht, ganz einfach. Sie ruft Registrationsbänke auf. Und der Playlist-Eintrag speichert letztendlich den Pfad, sprich den Ort der Registrationsbank, wie vorhin auch gezeigt. In der Playlist, in dem Eintrag, kann dann die Registration eingestellt werden, die beim Aufruf aktiviert werden soll. Also von den 10 möglichen Registrationen einer Bank, soll die 1 aufgerufen werden oder die 10 oder gar keine. Dann kann eingestellt werden, ob eben als Anzeige Score, Lyrics oder Text direkt aktiviert werden soll. Der Name des Playlist-Eintrags kann editiert werden. Man hat maximal 50 Zeichen zur Verfügung, aber man sollte aufpassen, wenn man Sonderzeichen verwendet. Grundsätzlich. Die Einträge können beliebig sortiert werden, nach oben und unten geschoben werden, wo das am besten passt. Und eine Registration, eine Bank, Registrationsbank kann eben in mehreren Playlisten verwendet werden und es ist ein riesen Vorteil. Denn ändert man den Inhalt einer Registrationsbank, nicht den Namen dieser Bank, sondern den Inhalt dieser Bank, dann wird diese neue Registration, sprich der neue Inhalt eben, in allen Playlisten aufgerufen, in denen diese Registrationsbank eben verwendet wird. Also, Registrationsbank nur einmal ändern und schon in allen Playlisten wird die aktualisierte Registration verwendet. Ganz einfach. Nun, grundsätzliches, wie erstelle ich eigentlich eine Playlist und einen Playlist-Eintrag? Wenn man hier in der Playlist sich befindet, dann kann man eine neue Playlist erstellen, wenn man hier auf New, auf den Button New klickt, dann hat man eine leere Playliste. Keine Einträge, komplett leer und kann dann nach und nach Einträge hinzufügen, Registrationen hinzufügen. Oder man lädt einfach eine vorhandene Playliste, indem man hier auf das Namensfeld klickt und kann sich dann die entsprechende Playliste, die gespeichert ist, aufrufen und weiter bearbeiten. Um jetzt einen Playlisteintrag zuzufügen, klickt man hier einfach auf diesen Listknopf. Dann wählt man sich die Registrationen aus, die man anhängen will. Also man wählt vorher einen Ordner, wo meine Registration drin ist, die ich anhängen will. Und dann kann man entweder eine oder mehrere Registrationen hier aus diesem Fenster direkt anwählen. Eine oder eben mehrere gleichzeitig. Und im nächsten Schritt drückt man Add to Playlist. Und alle hier gewählten Registrationen, Registrationsbänke, werden dann an die Playlist ganz unten einfach angehängt. Sieht man dann hier auf diesem Beispiel. Hier war es nur eine Registration, wie wir vorhin gesehen haben. Ganz unten angefügt. Und dieser Playlisteintrag wird ans Ende gesetzt und erhält ganz einfach erstmal den Namen der Registration, die man angehängt hat. In dem Fall hat die Registration einfach für Jugendmasch geheißen. Und dann wird der Name auch so erstellt erstmal. Diesen Eintrag kann man natürlich editieren, indem man hier, man wählt diesen Eintrag an, den man editieren will. Klickt auf Edit und dann kann man den bearbeiten. Was kann man machen? Sieht man hier im unteren Fenster. Man kann hier mit Rename den Namen des kompletten Eintrags einfach editieren, verändern. Bis zu 50 Zeichen hat man Platz. Man kann hier in dem zweiten Bereich die Nummer der Registration wählen, die aktiviert werden soll, wenn dieser Eintrag aufgerufen wird. Das heißt, in dem Fall wird die Registration 1 dieser Bank direkt geladen und aktiviert, wenn ich in der Playlist diesen Eintrag fesche Jugend drücke und aktiviere. Ebenso kann man hier noch wählen, ob Score angezeigt werden soll, Lyrics oder ein Textfile. In dem Fall ist hier nichts angewählt. Wie gesagt, ein oder mehrere Registrationen werden einfach unten angehängt und jetzt kann ich die mit Up und Down hier mit diesen zwei Knöpfen eben hoch schieben, runter schieben und an die gewünschte Position meiner Playliste eben stellen. Das ist einfach nur ein Verschieben. Mit dem Delete Button, also Lösch Button, kann ich Einträge löschen, die ich vorher angewählt habe. Ich kann die Playliste natürlich speichern mit Save. Ganz normal wie jedes andere File auch. Und hier gibt es noch einen Button A bis Z. Hier, wenn ich den aktiviere, dann wird diese ganze Liste einfach alphabetisch sortiert. Wenn ich diesen Button wieder deaktiviere, dann wird die Originalliste wieder so angezeigt, wie ich die erstellt habe von den Positionen her. Jetzt gehen wir mal in die Details der Playlist und ich zeige euch einige Tipps und Tricks für die praktische Arbeit mit der Playlist Funktionalität. Und der erste Punkt ist eben verschiedene Playlisten verwenden. Die Frage ist eben, warum verschiedene Playlisten? Hier wieder ein Beispiel aus meiner Praxis, so wie ich das verwende. Ich habe hier zum Beispiel allgemeine Playlisten, die sind auch so benannt. Hier Playliste Deutsche Schlager, Playliste Volkstümlich, Classic Oldies und so weiter. Hier sieht man meine Playlisten alle aufgelistet. Dann habe ich neben den allgemeinen Playlisten auch, ich nenne sie mal hier spezielle Playlisten. Also zum Beispiel hier Tanzrunden. Eine Playliste, eine Runde Schlager und eine Playliste mit Oldies und Country Runden. Oder eine spezielle Playliste für eine Faschingssitzung mit eben speziellem Inhalt da drin. Und jetzt können natürlich die Registrationen und sind auch in verschiedenen Playlisten enthalten. Sprich in der allgemeinen Playliste ist zum Beispiel der Eintrag Adios Amor und genauso ist der in der Runde Schlager enthalten. Und hier einmal einen tieferen Einblick in meine allgemeinen Playlisten. Die enthalten bei mir ganz einfach alle, alle Registrationen eines Genres. Zum Beispiel Deutsche Schlager, das ist eine Playliste. Volkstümlich, sprich alle volkstümlichen Registrationen. Classic Oldies, Country und so weiter. Hier sind meine allgemeinen Playlisten mal zu sehen. Die habe ich auch entsprechend so benannt. Alle allgemeine Playliste, eben Deutsche Schlager, volkstümlich, Classic Oldies und so weiter. Also quasi nach Genres meine Playlisten erstellt mit allen entsprechenden Registrationen, die da drin stehen. Und hier mal drei Beispiele von der Playliste Deutsche Schlager. Wie das bei mir aussieht. Die sind alle nach Interpret sortiert. Das zeigt auch bei mir der Playlist Name. Hier ist ein I drin. Hier 60-I heißt Interpret sortiert. So habe ich mir das definiert. Und mein Playlisteintrag enthält verschiedene Informationen. Da kommen wir im Detail dann gleich noch drauf. Wie man hier sieht, da ist ein Croy, da ist ein X, da ist der Playlist Name von dem Titel, der Interpret und so weiter. Mal ist die Registration angewählt, die aufgerufen werden soll oder auch Score oder manchmal nicht. Manchmal ist gar nichts drin. Also so mal einen groben Überblick. Das sind meine allgemeinen Playlisten. Also nochmal, da stehen einfach ganz einfach alle Registrationen drin. Sprich, das ist meine Basis für alles. Und auch die Basis für meine speziellen Playlisten. Für zum Beispiel meine Tanzrunden-Playlisten. Weil das ist eine Auswahl von Registrationen, von Einträgen aus meinen allgemeinen Playlisten. Aus den verschiedenen Genres. Und hier sieht man meine Playlisten für die Tanzrunden. Grob aufgeteilt nach Genres. Oder so entsprechend zusammengestellt. Und hier unten eben auch die Beispiele. Hier die Schlagerrunde. Hier sieht man, da kommen wir auch noch drauf, so einen komischen Eintrag hier oben. Dann sieht man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Titel, die folgen. Und dann wieder so eine Art, wie will ich sagen, Überschrift. Da kommen wir dann auch drauf, was das im Detail bedeutet. Und auch hier wieder natürlich der Name des Titels Interpret und viele andere Informationen, wo wir gleich noch im Detail drauf kommen. So sehen also für mich meine Tanzrunden, meine speziellen Playlisten aus. Das ist einfach ein Teil rausgenommen aus den allgemeinen Listen. Ich habe gerade schon gezeigt, dass in dem Playlist Eintrag verschiedene Informationen enthalten sein können. Und ich zeige hier mal einige Beispiele, welche Infos man da alles reinpacken kann. Als Beispiel. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch mehr Ideen. Hier nochmal meine und ein paar von meinen Playlisten mit verschiedensten Informationen drin. Wie schon gesagt, 50 Zeichen hat maximal Platz. Also der Eintrag kann maximal 50 Zeichen lang sein. Also so ein Eintrag enthält immer den Namen des Titels logischerweise und den Interpret Klosterthaler hier. Oder Klosterthaler Schützenjäger etwas abgekürzt. Wie gesagt, er muss mit 50 Zeichen zurecht kommen. Dann, was ich hier noch gemacht habe, hier man sieht Unterstriche, das nutze ich einfach, das zeige ich später noch, um in meinem Excel-File, wo ich meine Playlist letztendlich verwalte, die Anzahl der Zeichen zu zählen, um eben nicht über die 50 Zeichen zu kommen. Weil dann kann ein Playlist Eintrag nichts mehr aufgerufen werden. Dann bekommt man eine Fehlermeldung. Was man hier auch zumindest manchmal erkennt, hier ganz am Schluss Unterstrich STY. Das ist eben meine Information, die mir sagt, dieser Eintrag enthält auch einen Style. Also da ist auch ein Style mit gespeichert in der Registration. Sieht man hier nicht bei allen, aber bei manchen hier am Ende Unterstrich STY, weil ich spiele meistens mit MIDI-Files, aber auch mit Styles, je nachdem. Und das ist eben mein Indikator, da wird ein Style auch mit aufgerufen von der Registration. Ein anderes Zeichen ist dieses X hier, das man hier manchmal sieht, nur in meinen allgemeinen Playlisten. Das zeigt mir ganz einfach an, dass dieser Eintrag hier, Beautiful Body zum Beispiel, auch in einer Tanzrunden-Playlist verwendet wird. Genauso wie dieser, dieser, dieser und dieser. Die Troy City zum Beispiel ist in keiner Tanzrunde vorhanden. Also hier sehe ich in dieser Eintraginformation in der allgemeinen Playliste eben alle Einträge, die auch in Tanzrunden verwendet werden. Eben gekennzeichnet mit einem X in dem Eintrag. Was ich auch gemacht habe hier, sieht man hier am Anfang des Titels bei manchen Einträgen hier so ein Indikator. Das zeigt mir eben an, P, dass das ein Polka ist, W, Walzer, M, Marsch und INS, Instrumental. Ganz einfach für mich, wenn ich meine Playliste dann im Betrieb sehe, als Information, ah, das ist ein Polka, das ist ein Walzer und so weiter und so weiter. Oder Marsch, das müsste ich eigentlich ändern, das müsste eigentlich ein M sein für Marsch. Okay, also verschiedenste Informationen, die ich da in diese 50 Zeichen mit reinpacken kann. Wenn ich jetzt meine Tanzrunden-Playlists sehe, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, da gibt es vor jeder Tanzrunde immer so eine Art, will ich sagen, Überschrift für diese Tanzrundentitel. Und die dient mir einmal als Trennung zwischen den verschiedenen Tanzrunden, hier für die Schlagerliste oder hier für die Oldiesliste, hier eine Überschrift, hier eine Überschrift. Ein Trenner sozusagen, zwischen den Runden. Die zeigt mir auch die Nummer meiner Runde an, zum Beispiel S, 1, 2, 3 für die S-Schlagerrunden, C für die Classic Oldies und Kandelrunden, sieht man hier C1, C2 oder für die modernen Sachen eben M, modern M1, M2, Runde M1, M2 und so weiter. Also, eine zusätzliche Information für mich, das ist die Schlagerrunde 1, Schlagerrunde 2 und so weiter. Immer als Überschrift und Trenner zwischen den Runden. Die enthält zumindest manchmal auch so eine grobe Information, wie diese Runde so aussieht, so grob vom Rhythmus her. Und die ruft diese Überschrift, nenne ich es jetzt mal, ruft auch gleichzeitig eine Registration auf, die dann die Einstellung für meine Pausenmelodie einfach macht. Ganz einfach. Jetzt könnte man auch andere Informationen reinpacken. Und diese Beispiele habe ich von der Hydron. Und es gibt sicherlich noch viele mehr, die dem einen oder anderen vielleicht einfallen. Hier zum Beispiel eine eckige Klammer und eine Zahl drin. Die zeigt der Hydron dann immer an, wie viele Racks hier belegt sind für diesen speziellen Titel. Also hier 2, hier 8 und so weiter. Oder eben auch die Tonart hier auf der rechten Seite. Tonart G ist dieser Titel. A-Moll und so weiter. Oder hier, sie hat es auch so gemacht, ein Eintrag als Trennung sozusagen. Und in dem Falle verschiedene Rhythmustypen hier. Das sind alles Wiener Walzer, das sind alles Foxtrotz und so weiter. Also das sind alles Möglichkeiten, welche Information man in so einen Playlist-Eintrag reinschreiben kann, damit man, wenn man seine Playlist sieht und verschiedene Sachen aufrufen will, zusätzliche Informationen hat, um was es da geht. Zum Beispiel Tonart und, und, und. Was halt für mich im Betrieb persönlich wichtig ist. Oder von Vorteil ist. Jetzt zum Thema Bearbeitung der Playliste. Also Bearbeitung außerhalb des Keyboards. Wie das im Keyboard funktioniert, haben wir ja schon gesehen bei der Bearbeitung der Playliste und Erstellung von Einträgen. Aber hier quasi außerhalb der Playliste. Und das stellt, äh, außerhalb des Keyboards. Und jetzt stellt sich eben die Frage, welches Format hat diese Playlist, diese Playlist-Datei überhaupt. Und dieses TSV-File ist einfach ein Text-File, das mit Tabulatoren getrennt ist. Sieht man hier, das ist einfach im Text-Editor geöffnet. Und hier sieht man ganz einfach als Text die Einträge. Hier zum Beispiel Kuschelstich in meine Arme, Wikinger. Der nächste Abschnitt ist dann der Pfad der Registration, die aufgerufen wird. Und dann die Einstellung, welcher Rack aufgerufen werden soll. In dem Fall die Null, also die erste. Und kein Score, kein Text und nichts. Also so sieht das Playlist-File aus, wenn man das öffnet im Text-Editor. Man könnte es auch direkt hier bearbeiten, logischerweise. Man könnte hier Texte ändern und so weiter. Den Pfad von Hand eintragen, wäre alles möglich. Ist aber relativ unhandlich. Aber grundsätzlich, eine Editierung ist im Text-File direkt möglich. Einfacher geht es, wenn man dieses Tabulator-getrennte Text-File einfach in Excel öffnet. Dann werden diese einzelnen Spalten, in dem Fall 1, 2, 3, 4 Spalten, sind immer schön auch dargestellt. Und hier ist es viel einfacher, die Liste direkt hier zu bearbeiten. Man kann hier Zeilen einfügen, Sachen kopieren, verändern, die Positionen verändern. Wenn man hier ganz einfach einstellen, Registration aufgerufen werden soll und so weiter. Also in Excel hier ist es viel, viel einfacher. Also man ruft es auf, da direkt in Excel, verändert es und speichert es einfach direkt wieder ab. Und schon hat man diese Playlist-Datei editiert und aktualisiert und kann sie wieder zurück auf den USB-Stick kopieren und ab ans Keyboard. Hier möchte ich jetzt ganz einfach mal meine Vorgehensweise zeigen. Die Verwaltung und Bearbeitung der Playlisten in Excel. Ich mache das alles direkt in Excel, weil ich Excel verwende, um eine gesamte Übersicht über alle meine Files, also Styles, Midis und so weiter, Registrationen und Playlisten zu haben. Also die sind alle in Excel-Blättern gelistet und ich kann die da verwalten und bearbeiten und habe immer einen kompletten Überblick. Und das schauen wir uns hier mal an. Alle meine Registrationen und Midi-Files sind in einer Excel-Liste aufgeführt, sieht man hier. Das ist meine Basisliste letztendlich für alle weiteren Listen und Arbeitsblätter. Ganz einfach als Gesamtübersicht über alle Titel, weil sonst, wo soll man eine Übersicht sonst herbekommen? Deshalb ist alles hier in einer Excel-Liste, wo ich meine Verwaltung mache. Und da habe ich zusätzlich verschiedene Informationen auch eingefügt. Einmal der Genre, also deutsche Schlager, Evergreens und so weiter. Dann den Titel, natürlich den Interpret. Ist es ein Midi-File mit oder ohne Style? Die Dauer dieses Titels dazugefügt, das Erscheinungsjahr. Alles von Hand zugefügt. Dann den Style-Typ, eventuell das Tempo von dem Style. Dann, wenn ich mit Midi-Files spiele, ich transponiere vorab schon das Midi-File entsprechend meiner Stimmlage. Dann muss ich mich im Keyboard nichts mehr darum kümmern. Deswegen hier, um einen Überblick zu behalten, auch die Transpose-Einstellung des Midi-Files, was ich da vorgenommen habe. Dann, das ist auch wichtig hier, hier habe ich eine Übersicht über meine Playlisten. Das heißt, in welcher Playliste ist dieser Titel vorhanden oder in welchen Playlisten? Es können mehrere sein. Wie hier zum Beispiel Anita ist in meiner allgemeinen Playliste und in der Tanzrunden-Playliste in dieser Tanzrunde. S-Schlager 07. Also in der siebten Schlagertanzrunde. Oder dieser Titel ist in der neunten und so weiter. Und ob ein Text auch vorhanden ist als PDF. Und das gibt mir eben einen kompletten Überblick über alle meine Titel, die ich habe, die ich spiele und in welcher Playliste diese Titel dann eben vorhanden sind. Das File ist natürlich auch gewachsen über die Zeit, aber das hilft gewaltig. So, das ist jetzt mein Überblick über meine Titel. Hat noch nichts mit Playlisten in dem Sinne zu tun. Playlist-Bearbeitung. Das zeigt mir nur, welcher Titel in welcher Playliste zu finden ist. Und jetzt eben zur Verwaltung einer Playliste. Ich habe es ja vorhin schon gezeigt. Man kann dieses Playlist-File einfach in Excel öffnen, bearbeiten und direkt wieder speichern. Das ist die einfachste Möglichkeit. Dann ist man auch relativ schnell fertig. Ich mache das zum Teil auch so. Grundsätzlich, die ursprünglichen Playlisten, die ich erstellt habe, sind ganz einfach am Keyboard erstellt. Sprich, ich habe meine Registrationen alle in die entsprechende Playliste eingefügt. Sonst habe ich nichts geändert. Der Reckname wurde einfach übernommen. Keine weiteren Änderungen. Diese Änderungen habe ich dann erst im Excel gemacht. Also, dass ich diesen Playlist-Eintrag entsprechend geändert habe. Das ist hier viel komfortabler, als das alles am Keyboard zu machen. Keyboard ist viel zu umständlich dafür. Aus meiner Sicht. Aus meiner persönlichen Sicht. So, die Playlisten wurden dann entsprechend verändert und verwendet. Wenn ich jetzt eine Playliste ändern will, dann, wie gesagt, lade ich die einfach in Excel. Ich kann die kurz ändern und direkt wieder speichern. Alles kein Problem. Aber ich will die ja in meinem allgemeinen Excel-Sheets verwalten. Eine Übersicht haben. Also, ich kopiere mir dann diese Playliste, die ich geöffnet habe, raus. Und kopiere die dann in mein allgemeines Excel-File, wo ich meine Verwaltung machen will. Da kann ich meine Einträge dann ändern, zufügen und so weiter und so weiter. Alles Mögliche machen. Also, ich kann die Positionen anpassen. Am Schluss, wenn ich fertig bin, kopiere ich diese veränderte Liste einfach wieder raus und füge sie hier in dieses Original-File wieder ein, damit es überschrieben wird. Die kann ich dann wieder abspeichern. Dann ist die Originalliste überschrieben mit den neuen Werten, mit dem neuen Inhalt und aktualisiert. Und dann kann ich mit der wieder zurück ins Keyword gehen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist eben, ich habe diese Playliste eben rauskopiert. Und hier in mein Excel-Sheet eben eingefügt. Da habe ich eben auch immer quasi meine Kopie dieser Playliste in meinem Excel-Blatt. Einfach von der Excel-Liste vom Genus rauskopiert und hier rein. Und dann kann ich die Daten eben zusammenfügen aus meinem Übersichtsblatt. Hier zum Beispiel kommt dann mit rüber die Dauer. Die wird automatisch von diesem Titel dann aus dem allgemeinen Blatt rausgelesen. Oder eben das Erscheinungsjahr, das Tempo vom Style und, und, und. Das hat alles nichts mit den Playlisten zu tun an sich. Nur dieser Teil ist eben die Playliste. Die wird editiert. Und wieder in das Original-Playlist-File zurückkopiert und fertig. Alles andere wird quasi von dem Excel gemacht, automatisch gemacht, um für mich eine bessere Übersicht zu erhalten. Ja, wie schnell ist der Titel, welchen Style hat er, wann ist er erschienen und so weiter. So, zusätzliche Informationen einfach für mich. Und die werden eben aus dem allgemeinen Excel-File rausgelesen. Und genauso funktioniert es mit dieser Tanzrunden-Playliste. Der Vorteil von dieser Vorgehensweise ist eben, ich kann aus der allgemeinen Playliste einfach die Titel rauskopieren und hier in die Tanzrunde einfach einfügen. Und damit habe ich schnell aus der allgemeinen Liste meine Tanzrunden erstellt. Copy, Paste, Copy, Paste. Also kopieren, einfügen, kopieren, einfügen und an die richtige Stelle setzen. Fertig. Dann kopiere ich mir diesen Playlist-Inhalt wieder raus und kopiere es zurück in die Original-Playliste und gebe die an den Genus. Und schon habe ich meine aktualisierte Playliste. Und auch hier werden eben gewisse Daten hier von dem allgemeinen Excel-Blatt wieder rausgelesen, um die Information von Erscheinungsjahr, Dauer und so weiter zu haben. Also man kann die Bearbeitung direkt im Text-File machen, mit Excel geht es schon viel, viel einfacher. Es gibt aber auch hier andere Tools, die Musikkollegen programmiert haben. Und ich gebe hier nur eine kurze Übersicht, weil ich selbst nutze diese Tools nicht. Ich arbeite quasi nur am Mac und die Tools sind alle auf Windows-Basis. Wie hier zum Beispiel das Tool MyPlaylist vom Alfons Geigenberger. Hier ist der Link zu dem Tool und eine kurze Übersicht. Also das ist wirklich Playlist-Verwaltung. Und viele, viele hilfreiche Funktionen. Einfach mal reingucken, wer interessiert ist oder Kontakt mit dem Alfons aufnehmen. Der gibt das sicherlich Informationen. Ein zweites Tool ist vom Rainer Fritz, das sogenannte Songlist für Windows. Das kann viel, 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 ein Punkt ist hier auch Playlisten bearbeiten. Einträge aktivieren und so weiter und so weiter. Auch am besten mal direkt reingucken, was das kann oder Kontakt mit dem Rainer aufnehmen. Weil dieses Tool kann echt viel, viel mehr als nur Playlisten verwalten. Kommen wir zu einer Zusammenfassung, was wir bis jetzt gesehen und gelernt haben. Also für Registrationen und alle Files ist grundsätzlich eine feste Struktur sehr, sehr wichtig. Also feste File- und Ordnerstruktur. Man muss sich vorher immer klar machen, was soll und will man in einer Registration speichern. Das heißt nicht einfach blind Memory drücken, ohne zu gucken, welche Haken sind da aktiv. Das heißt immer auf die gewählten Haken schauen. Wenn ich nur Voices speichern will, auch nur den Voice-Haken anwählen. Dummerweise kann halt auch nicht alles gespeichert werden. Und leider wird eben auch nicht angezeigt, was in einer Registration gespeichert ist oder wurde. Das ist schon lange als Wunsch an Yamaha gegangen. Dann Stadtregistrationen oder Grundeinstellungen sind auch wichtig. Das heißt, die mein Instrument so einstellen, wie ich das für mich brauche als Anfangszustand. Zum Beispiel die ganzen Assignable-Buttons, Fußschalter, Live-Control, Line-outs und so weiter. Und dann eben als Song-Registration nur das Speichern, was ich für den Song brauche. Zum Beispiel Voice & Style, das Tempo, Transpose-Einstellung, Multipad und so weiter. Und wenn es geht, eine Bank pro Titel. Die Playlist ruft dann Registrationsbänke auf, sprich den Ort bzw. Pfad einer Registrationsbank. Dann in den Playlist-Eintrag kann man einstellen, welche Registration von dieser Bank dann beim Aufruf aktiviert bzw. geladen werden soll. Wir gehen uns eben von 1 bis 10. Dann kann eingestellt werden, ob Score, Lyrics oder Text direkt aktiviert und angezeigt werden soll. Und der Vorteil von einer Playlist ist eben, Direkteinträge können beliebig sortiert werden innerhalb dieser Playliste und Registrationen können in mehreren Playlisten einfach verwendet werden. Wenn ich eine aktualisiere, ist die sofort in allen Playlisten logischerweise aktualisiert, weil ja diese eine Registration dann entsprechend aufgerufen wird. Dann kann der Name dieses Playlist-Eintrags ganz einfach editiert werden. 50 Zeichen maximal. Damit kann man eben auch verschiedene Informationen hier einfügen. Zum Beispiel Name des Titels, Interpret, auch andere Infos wie Tonart, ist es mit ohne Style, ein Indikator zum Songtyp und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss mir für mich einfach im Klaren sein, welche Information hilft mir, wenn ich mit Playlisten arbeite. Was könnte mir im Live-Betrieb von Vorteil sein, welche Information, die ich da eintragen kann. Dann kann ich zum Beispiel so einen Playlist-Eintrag als Überschrift oder Trenner verwenden. Haben wir ja gesehen. Die Bearbeitung der Playlist kann in Excel passieren, eventuell auch im Textfile direkt. Aber im Excel ist es viel einfacher. Man kann Einträge kopieren, einfügen, die Positionen verändern, Titel verändern und so weiter und so weiter. Viel einfacher als direkt am Keyboard. Es gibt aber auch andere Tools, die man zur Playlist-Bearbeitung verwenden kann. Wenn noch Fragen sind, dann beantworte ich die gerne. Könnt ihr unten direkt eintragen, dann werde ich die gerne beantworten. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen und wünsche viel Spaß mit den Playlisten.